Leute, Leute, ihr glaubt's nicht, das ist scheiß komisch. Was? In der Nacht, als Butters geschlafen hat, hab ich eben nen Hitler verpasst. Was ist ein Hitler? Na, man steckt sich den Finger in den Arsch und wischt ihn dann unter der Nase des Schlafenden ab, damit er ein Hitlerbärtchen bekommt. Habt ihr noch nie jemand gehitlert? Ich jedenfalls nicht. Psst, der kommt. Hey, guten Morgen, Freunde, seid ihr alle bereit für die Piste? Oh, was ist denn so komisch? Gar nichts, Butters. Stimmt's, Leute?